Da macht man mal ein paar Tage Pause und dann stellt man fest, Dresden rutscht scheinbar ab in die Diktatur. Was ist denn da los? Ich finde das schon ein bisschen krank und krass. Da ist wohl eine Abstimmung gewesen wegen einer Bezahlkarte. Und diese Bezahlkarte wäre eigentlich eine ganz gute Lösung, gerade für die Flüchtlingsgeschichte. Um die, die nur wegen des Geldes hierher kommen, einfach mal draußen zu lassen, weil die werden dann gehen. Ist ja in Ordnung, finde ich. Aber jetzt kommt eine Sache, die ich ziemlich krass finde, die wirklich krass ist. Die AfD hatte den Antrag eingereicht wegen der Bezahlkarte. Und wenn man sich das so Revue passieren lässt, passiert sonst irgendwie normalerweise immer nur, dass das nicht angenommen wird, weil es ja von der AfD stammt. Der Text wird dann hinterher zu 100% geklaut, von der CDU zum Beispiel, was ja auch schon passiert ist, wird dann nochmal eingereicht und dann wird drüber abgestimmt. Ist ja völliger Bullshit, oder? Also, das ist echt dumm. Aber gut. Unsere Altparteien sind einfach Kinder. Kleinkinder. Aber okay. So, jetzt ist es aber so, dass die CDU dafür gestimmt hat. In Dresden. Und damit dieser Antrag verabschiedet wurde. Ins Positive. Uh, die Brandmauer fällt, wurde gejubelt. Oh nein, um Gottes Willen, wie kann man nur von der AfD einen Antrag nehmen, der dann auch noch durchkommt und bla, 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 bla. So, jetzt ist wohl anscheinend der, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, der Bürgermeister dieser Region von der FDP. Und der ist jetzt hingegangen und hat schlichtweg einfach diese Wahl rückgängig gemacht. Wie kann eine demokratische Wahl einfach so rückgängig gemacht werden? Was soll das? Nur weil, nur weil der Ausgang ihm nicht gepasst hat. Nur weil der Ausgang dieser Wahl auch März nicht gepasst hat und sonst irgendwelchen Altparteien. Deswegen, nur deswegen, wird diese Wahl rückgängig gemacht und muss neu stattfinden. Jetzt stellt sich mir allerdings die Frage, und das wird nicht nur in Dresden so sein, das wird für mich auch überall so sein. Was würde passieren, wenn die AfD an die Macht kommt? In, sagen wir mal, Sachsen und den ganzen Ostbundesländern. Was würde denn dann passieren? Wollen sie dann auch die Wahlen rückgängig machen, weil der Ausgang ihnen nicht passt? Oder manipulieren sie vorher schon die Wahlen, dass der Ausgang passt? Ich weiß es nicht. Wenn ich das in Dresden sehe, entschuldigt, aber dann komme ich auf einen Punkt, wo ich sage, dieses Land hat seine Demokratie verloren. Dieses Land funktioniert nicht mehr unter einer Demokratie. So was nennt man Diktatur. Und jetzt sollte man vielleicht mal überlegen, was haben wir denn da oben sitzen für Leute? Kann es sein, dass sie uns diktieren wollen, welche Partei wir wählen sollen? Die ganze Hetzerei gegen die AfD. Denn unter dem Deckmäntelchen der Demokratie, wenn ich eine Wahl rückgängig mache, egal welche, aufgrund dessen, weil mir die Meinung nicht passt, also weil die falsche Partei den Antrag gestellt hat oder die falsche Partei gewonnen hat, weil da gab es schon mal damals unter Merkels Zeiten ja auch so eine Sache, war glaube ich mal eine Bürgermeisterwahl oder sowas, die rückgängig gemacht wurde, weil Merkel das nicht gepasst hat. Leute mal ehrlich, das sind Machenschaften, die nicht sein dürfen. Wer über solche Anträge schon sie rückgängig macht, aufgrund dessen, weil eine AfD die gestellt hat, dann ist das krank. Dann ist dieses Land krank. Und vielleicht sollten wir mal dann ganz, ganz groß drüber nachdenken, wo wir mittlerweile leben. Wir leben nicht mehr in einer Demokratie. Definitiv nicht. Weil demokratisch wäre die Abstimmung völlig korrekt gewesen. Die CDU fand es gut, hat dafür gestimmt. Und die anderen fanden es halt nicht gut. Aber sie hätten die Wahl so bestehen lassen müssen. Und jetzt würde ich an eurer Stelle mal drüber nachdenken, wen wählt man bei der nächsten Wahl? Also meine Stimme definitiv geht nicht an die CDU, nicht an die SPD, nicht an die Grünen und nicht an die FDP. Und die Linke noch weniger. Ich weiß noch nicht, was ich wähle. Es gibt ja über 40 Parteien. Aber ich wähle keine Partei, die dieses Verhalten zeigt. Und das ist das, was die alten Parteien, die Altparteien hier definitiv zeigen. Ich möchte in Deutschland keine Diktatur haben und ich möchte in Deutschland auch nicht haben, dass Wahlen rückgängig gemacht werden, aufgrund dessen, weil das Wahlergebnis einem nicht passt. das geht gar nicht. Das ist für mich absolutes No-Go. Cheerio! Bis zum nächsten Mal.